Unsere Nummer 7 Niklas Buschte, die Nummer 8 Moritz Inzenberg, die Nummer 9 Steven Schubert, die Nummer 11 Benedikt Nelissen, unsere Nummer 15 Max Salge, mit der Nummer 17 Johannes Marholt und unsere 23 Herr Martin Krüger. Auf unserer Bank im Platz Ersatzverwalt mit der Nummer 12 Dominik Lemme. Er hat einen schönen Tag, also er hat einen schönen Tag, aber nicht richtig. Gleich raus! Er hat einen schönen Tag, aber nicht richtig. Das war richtig stark. Und ab jetzt da großartig! Herzlich willkommen! Vielen Dank. 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 Das war das 4-0. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.